Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Greta Silver und ich möchte gerne mit dir dem Glück mal hinterherlaufen. Mal schauen, was sich dahinter verbirgt. Und ich meine, hinter dem Wort verbergen sich verschiedene Definitionen. Also ich kann manchmal, was weiß ich, in einer Verkehrssituation sagen, oder habe ich aber Glück gehabt, das war so haarscharf dran vorbei oder so. Und dann hätte ich eine Beule im Auto gehabt sonst. Das nennen wir so, dieses ich habe aber Glück gehabt. Aber wenn wir das manchmal auf andere beziehen, naja, der hat einfach im Leben viel Glück gehabt, dann hört sich das für mich ganz anders an. Und zu der Seite möchte ich gerne mal gucken, was steht da so hinter. Also, ich meine, dass zu diesem, der Mensch hat Glück gehabt, gehört auch viel Aktives hinzu. Es könnte doch sein, dass Glück haben oder dass glückliche Situationen, glückliche Umstände bei vielen Menschen auftreten. Und der eine sieht es und der andere sieht es nicht. Das heißt, wir müssen erstmal eine Bereitschaft haben, das Glück überhaupt oder glückliche Situationen und Umstände überhaupt wahrzunehmen. Und wenn wir sie dann wahrnehmen, dass wir auch zupacken. Das heißt, da bedarf es unserer Handlung, dass wir das festhalten. Und dann, glaube ich, nicht nur festhalten, sondern auch erste Schritte damit tun. Denn ich sage mal, nur festhalten und damit in den Keller gehen, glaube ich, ist es auch noch nicht. Sondern das dann umsetzen, diese Situation in die Wirklichkeit bringen. Das alles verbirgt sich, glaube ich, hinter dem, ja, der hat aber sehr viel Glück gehabt im Leben und ich eben nicht oder so. Aber abgesehen davon, dass da manchmal auch vielleicht ein bisschen Neid mitschwingen kann. Aber erstmal sich klarzumachen, ich brauche diese Bereitschaft, damit mir das auch passiert. Und ich brauche eine Tat, es festzuhalten und es umzusetzen und dann damit ins Leben zu gehen. Und in diesem Sinne wünsche ich dir ganz, ganz viel Glück. Alles Liebe, Tschüss!